Was gibt Ihren Berufszeit auch mit den Stimmelabendern? Momentan sehr viel Hütze, ich ziehe es gleich wieder aus. Ich ziehe es von Kamera zu Kamera aus und wieder andere Jackett, jetzt ziehe ich es wieder aus. Ja, viel, viel Abwechslung, ganz toller Beruf, wenn man Erfolg hat in einem Beruf. Ich glaube, es kann auch sehr langwierig und anstrengend sein, wenn man mit vielen anderen Kollegen wenig zu tun hat. Aber wenn man beruflich aktiv ist in dem Job, dann hat man, glaube ich, einen abwechslungsreichsten und spannendsten Beruf der Welt. Neben dieser Leidenschaft für die Schauspielerei, was sind Hobbys, andere Leidenschaften? Ach, ich reise sehr gerne, ich esse sehr gerne, ich gehe sehr gut, sehr gerne essen und lesen tue ich auch sehr viel. Oh Gott, wie langweilig das klingt, aber ist so. Mehr habe ich leider nicht zu bieten, man kann nur essen, reisen und lesen. Wo war die schönste Reise bis jetzt? Ach, da gibt es so viele, ich habe gerade erzählt, ich war vor kurzem in Griechenland auf einem Hochzeit und das hat mich sehr beeindruckt. Es war vorher noch nie, habe ich Griechenland so gesehen, es war ein kleiner Ort und es war ganz idyllisch und ganz ruhig. Und es war unfassbar, diese Atmosphäre dort, die Menschen waren so höflich, das Essen war ganz toll. Es war überhaupt nicht schickimicki oder so, sondern ganz, ganz so relaxed, super Sonnenuntergänge, unfassbar schönes Meer. Also da würde ich sofort wieder hinfallen. Vielen Dank.